Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchela und heute bin ich hier wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chiefment Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Alle meine Sporn und für dieses müssen wir die entfesselte Monstrosität im Tiefenpool auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, ohne dass verrottete Sporn absterben. Ja, als allererstes, was sind die verrotteten Sporn? Das sind diese kleinen Kügelchen, die hier die ganze Zeit während dem Kampf spawnen und von denen darf keine einzige sterben. Heißt, ihr dürft einfach keinen AE-Schaden machen, also wirklich gar nichts, nada niente. Auch wenn ihr meint, oh, es ist gerade keine, nee, die können dann wieder bei euch spawnen und dann haut es genau in dem Moment um und ihr werdet hier sicher einige Tries brauchen. Für mich in dem Fall beim Drill Tank kleeft fast alles. Deswegen habe ich mich beschränkt auf zwei Zauber, einmal Mondfeuer und Zerfleischen, Zerfleischen hat Abklingzeit und Mondfeuer ist ein Dot eigentlich, ja. Also eigentlich mache ich hier fast gar nichts, außer die ganze Zeit ein Dot auf dem Boss zu spammen, der eh schon drauf ist. Aber es hilft nichts. Macht es lieber so, dass ihr dann gar nichts macht, anstatt dass ihr irgendwo kleeft, weil so eine Spore ist extrem schnell umgehauen. Guckt ein bisschen, dass ihr am besten sonst den ganzen Damage auf den Boss bringt. Schaut, dass ihr den Boss auch immer ein bisschen im Kreis kitet von diesen Sporen auf jeden Fall weg, dass ihr sie so auch nicht triggert. Und lasst diesen Titanenwächter quasi die Ads umhauen. Geht wirklich nur hier stupide auf den Boss, dass ihr ihn möglichst schnell runterhaut, beziehungsweise seine Energie triggert und die Ads triggert, um dementsprechend den Bosskampf zu beenden. Weil irgendwann ist der Raum hier voll und dann werdet ihr auch die Problematik haben, dass ihr nichts mehr machen könnt. Also Schnelligkeit ist hier auch auf jeden Fall ein Ziel, das ihr verfolgen solltet, ohne zu cleven. Ja, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, könnt ihr mich gerne positiv bewerten. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.